Hier mit den Spießen kriegst man immer schöne Portionen ab. Von jedem mal ein bisschen. Ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Kassler, ein paar Bratwürstchen. Super lecker! So Matthias, wie schmeckt es dir? Es schmeckt sehr gut. Wenn die Leute da sehen, denken sie immer grundsätzlich, wenn der vorne ist, hat er die Backen voll, aber es schmeckt wirklich super lecker. Mams, 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 mams.